Einen wunderschönen guten Tag einerseits, heute gibt es wieder einen kleinen Livestream. Gegen 18 Uhr fangen wir an mit The Outer Worlds, dem Melee Only Challenge Run. Also den haben wir beim letzten Mal schon angefangen, den machen wir dann heute weiter. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Game und ich hoffe ich kann mich auch auf euch freuen. Wir werden sehen, auf jeden Fall bis nachher, wenn ihr denn dabei sein wollt. Man sieht sich, ciao!